Rochlitz ist eine große Kreisstadt im Landkreis Mittelsachsen im Freistaat Sachsen. Sie ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Rochlitz mit den Mitgliedsgemeinden Königsfeld, Xelitz und Zetlitz. Geografie Die Stadt liegt an der Zwickauer Mulde und am Fuß des Rochlitzer Berges mit dem dort anstehenden und abgebauten Rochlitzer Porphyr. Von der Jahrhundertflut im August 2002 war die Stadt stark betroffen. Die nächstgelegenen Oberzentren sind mit etwa 25 Kilometern Luftlinie Chemnitz sowie mit jeweils etwa 45 Kilometern Leipzig und Zwickau. Ortsteile von Rochlitz sind seit 1994 die vorherigen Gemeinden Norzwitz mit ihrem Ortsteil Hellerdorf, Penner mit ihrem Ortsteil Stadtnich sowie der Steutener Ortsteil Zasnitz. 1995 kam noch die Gemeinde Breitenborn mit ihrem Ortsteil Wittgendorf hinzu. Die Gemeinde Popitz wurde bereits 1950 eingegliedert. Angrenzende Gemeinden sind Königsfeld, Zetlitz, Selitz und Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen sowie Nasdorf und Gaitain im Landkreis Leipzig. Klima Der durchschnittliche Jahresniederschlag der Jahre 1961 bis 1990 beträgt 678 mm und liegt damit ganzjährig im mittleren durchschnittlichen Bereich aller deutschen Messstellen. In den Monaten April, August und September liegt der Niederschlag knapp über dem deutschen Durchschnitt in den anderen Monaten darunter. Der trockenste Monat ist der Februar. Die meisten Niederschläge fallen im Juni. Geschichte Noch im 19. Jahrhundert wurde dieser Bereich als alte Stadt bezeichnet. Ebenfalls im 11. Jahrhundert wurde ein die Reichsburg versorgender Wirtschaftshof im nördlichen Teil des heutigen Stadtgebietes mit dem Burgwall Kessling in Rochlitz Popitz angelegt, der später nach Königsfeld verlegt wurde. Um 1200 wurde unter Grafe Redo V., dem Feisten oder einem seiner Söhne Dietrich und Konrad, möglicherweise auch erst unter Markgraf Dietrich von Meißen die Rechtsstadt Rochlitz mit der Stadtkirche Sankt Konigunde gegründet. Die Staatsanlage hebt sich insbesondere durch ihren langgestreckten Straßenmarkt heraus, der eine Analogie im nahegelegenen Geithein besitzt. Archäologische Ausgrabungen und erhaltene romanische Reste wie die Fenster am Westturmriegel der Konigunde Kirche ermöglichen Aussagen zu ihrem Ursprungsbau, einer querhauslosen Kurzbasilika der gleichen Zeitstellung. Trotz ihrer zentralen Lage am unteren Markthände fungierte bis zur Reformation die ältere, extra murhausgelegene St. Petrikirche ebenfalls als Pfarrkirche für die westlichen Teile der Stadt. Bei stadtarchäologischen Untersuchungen wurden im Gebiet um die Konigunde Kirche Funde aus dem späten 12. frühen 13. Jahrhundert festgestellt, während die weiter westlich gelegenen Gebiete offensichtlich erst mit einiger zeitlicher Verzögerung bebaut worden sind. Eine Stadtmauer umgab Rochlitz wohl erst im späten 13. Jahrhundert zuvor haben anscheinend lediglich Wall, Graben und Gebirge bestanden. 1288 wird dann die Mauer anlässlich eines Teileinsturzes erstmals genannt. Die Stadt Rochlitz selbst wird erst 1336 erst erwähnt. Der Rat 1360 Das frühste nachweisbare Siegel der Stadt mit der Umschrift Siegel um Siveteischs Rochlitzensis hängt an einer Urkunde von 1364. 1367 zu 1373 erfolgte die Erneuerung der Stadtmauer bzw. die Errichtung der äußeren Stadtmauer. Vor 1379 erwarb der Rat die niedere Gerichtsbarkeit. 1380 erhielt die Stadt das Bleichprivileg und es wurde eine zweite Landesbleiche neben Chemnitz eingerichtet. 1430 fielen die Hussiten in der Stadt Rochlitz ein. Im 15. Jahrhundert erlebte die Stadt eine Blütezeit. 1464 erfolgten der Erwerb der Obergerichtsbarkeit und die Erweiterung des Weichbildes. In der Spätgotik wurde die Kunigunde Kirche von 1417 bis 1476 unter Einbeziehung romanischer Bausubstanz im Westen neu erbaut. Die beiden Keramikfiguren von Heinrich II. und Kunigunde stammen aus der Zeit um 1476. Im Inneren zeigt die Kirche eine Ausstattung des frühen 16. Jahrhunderts. Für die Zeit um 1500 wird eine Zahl von etwa 2000 Einwohnern angenommen. Frühe Neuzeit im Jahr 1537 wurde in Rochlitz durch Herzogin Elisabeth die Reformation eingeführt. Bereits 1534 war der alte Friedhof mit Beinhaus im Bereich des heutigen Clemens Pfauplatzes angelegt worden. 1538 wurde auf dem aufgelassenen Kunigundenfriedhof mit dem Bau einer Lateinschule begonnen, die schon 1595 mit Mitteln so fies wieder umgebaut wurde. 1563 gesellte sich noch ein Neubau der Hospitalkirche zu dem Ensemble hinzu. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstand auch die östlich des heutigen Marktes und dem Rathaus gelegene Mittelzeile wohl anstelle hölzerner Krambuden, was eine wesentliche Verkleinerung des ehemaligen Untermarktes bedeutete. Am 2. März 1547 fand vor den Toren der Stadt die Schlacht von Rochlitz im Schmalkaldischen Krieg statt. Der bedeutendste militärische Erfolg der Vereinigten Protestantischen Streitkräfte vor der vernichtenden Niederlage in der Schlacht bei Mühlberg. In Rochlitz sind 1556 zu 1608 in Hexenverfolgungen drei Verfahren wegen Hexerei und Zauberei belegt. Ein Mann wurde in einem Hexenprozess hingerichtet, zwei Schicksale sind unbekannt. Im Dreißigjährigen Krieg wurden Stadt und Schloss mehrfach belagert und eingenommen. Außerdem wurde die Stadt 1632 von einem Stadtbrand heimgesucht. Ein weiterer großer Stadtbrand trafe die Bürger bereits wieder 1681. Bei dem folgenden Wiederaufbau fand die Förstschwenkung zu traufseitigen Häusern statt. Ab 1682 war Rochlitz Garnisons statt einer Infanterieeinheit. Anfang 1691 weilte für ca. vier Wochen der deutsche Handwerkschirurg Wundarzt und Starstecher Johann Andreas Eisenbart in Rochlitz. Aus dem Jahr 1688-89 stammt die Dreiturmfront der Konigunde Kirche. Der barocke Vorbau wurde 1709 angefügt und beherbergte mit der Konigunde Bibliothek die erste öffentliche Bibliothek der Stadt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Rochlitz an das entstehende sächsische Postsystem angeschlossen. Hiervon zeugen zwei rekonstruierte kur-sächsische Postdistanzsäulen vom ehemaligen Ober- und Untertor. Ab 1734 bestanden ein Postamt und regelmäßiger Postverkehr. 1769 wurde in Rochlitz eine Wollmanufaktur begründet. 19. und 20. Jahrhundert Ein weiterer Stadtbrand wütete 1802. Der Wiederaufbau der Stadt veränderte das Bild stark. Aus dieser Zeit stammen vor allem die Bürgerhäuser am Markt und der Turm der Konigunde Kirche. Er fand seinen Abschluss mit dem Neubau des Rathauses 1826 zu 1828. 1816 wurde eine erste Steinbrücke über die Mulde gebaut. Ab 1830 begann der Abbruch der Stadtbefestigungen. 1834 wurde eine allgemeine Städteordnung erlassen. 1854 wurde ein neues Hospital erbaut. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das Vorgängerhospital im Testament von Elisabeth von Rochlitz großzügig bedacht. Die Grün der Zeit bedeutete auch für Rochlitz einen erheblichen Aufschwung und eine beträchtliche Vergrößerung der Stadt. Zu nennen sind hier 1872 Anschluss an das Eisenbahnnetz 1874 zu 76 Neubau der 1. Bürgerschule 1885 Abbruch des Pulverturms Stadterweiterungen ab 1889 in Richtung Bahnhof Anlage der Bismarckstraße 1889 Stillbau des Kaiserlichen Hauptpost- und Telegrafenamtes 1895 des königlich-sächsischen Lehrerseminars 1897 des Kriegerdenkmals auf dem Topfmarkt TTC In den goldenen Zwanzigern wurde ab 1922 die Kleinsiedlung mit der Straße am Anfang angelegt und 1922 3. ein zweites Rochlitzer Gaswerk am Mönchswinkel errichtet. Eine besondere Sehenswürdigkeit stellt der Marktbrunnen dar, der 1929 von dem bekannten Dresdner Bildhauer Professor Georg W. R. B. A. geschaffen worden ist. Im Dritten Reich konnten die Nationalsozialisten schon frühzeitig im Stadtrat Fuß fassen und 1934 den parteilosen Bürgermeister Rudolf Herrmann mit Hilfe einer politischen Intrige absetzen. Schon 1933 wurden Adolf Hitler und Paul von Hindenburg Ehrenbürger der Stadt. 1933-1934 wurde die heutige Muldenbrücke errichtet und nach dem Reichsstadthalter Martin Mutschmann benannt. 1936 feierte man das Fest der Landschaft Rochlitz 1000 Jahre Deutsch. Der umständliche Titel verrät, dass es sich dabei um ein historisches Konstrukt handelt. Tatsächlicher Anlass war aber weniger das sehr weit hergeholte historische Ereignis. Das Rochlitzer Gebiet war spätestens unter dem 936 verstorbenen König Heinrich I. unter deutsche Herrschaft geraten als konkrete wirtschaftliche Gründe, vor allem die Förderung des Fremdenverkehrs. Die Initiative dazu ist jedoch nicht von den nationalsozialistischen Machthabern, sondern vom Vorsitzenden des Rochlitzer Geschichtsvereins und ehrenamtlichen Leiter des Museums Albert Bernstein ausgegangen. Ab 1938 hielt mit der Mechanik GmbH auch die Rüstungsindustrie Einzug in der Stadt und wahrscheinlich vom 19. September 1944 bis 28. März 1945 wurde hier das KZ-Außenlager Rochlitz mit etwa 600 inhaftierten jüdischen Frauen betrieben. Für diese Frauen, die in der Mechanik GmbH Zwangsarbeit verrichten mussten, gibt es in der Stadt kein Gedenken. Die Lagergeschichte wurde jedoch von Pascal Cibora in der Publikation Frauen im KZ-Möglichkeiten und Grenzen der historischen Forschung am Beispiel des KZ Flossenbürg und seiner Außenlager aufgearbeitet. Die Befreiung vom Nationalsozialismus erlebte die Stadt am 14. April 1945 durch Einheiten der 76. Infanterie und 6. Panzerdivision der 3. US-Armee. Die Mulde bildete die Demarkationslinie zwischen Amerikanern und Russen bis zum Rückzug der Amerikaner aus dem Stadtgebiet am 30. Juni 1945 und ihrem Rückzug westwärts Richtung Thüringen nach Hessen. Ab Mitte Mai hielten sich Truppen der Roten Armee nahe dem Muldenufer in der Ortschaft Döhlen auf. An der Muldenbrücke wurde im April 2003 eine Gedenktafel angebracht, die an die Befreiung der Stadt, die Besetzung des Gebietes erinnert. Nach dem Krieg wurden ab Juli 1945 die größeren Betriebe enteignet. Aus diesen Betrieben gingen die späteren drei Großbetriebe der Stadt hervor. In der DDR-Zeit erfuhr Rochlitz eine beträchtliche Erhöhung der Einwohnerzahl und Ausbreitung in das Umland durch die Errichtung der Wohngebiete am Friedenseck 1955 zu 1961, am Regenbogen 1960 zu 1965 Wilhelm-Piek-Straße 1977-1978 und am Eichberg ab 1982-1983 in Poppitz. Trotz der Eingemeindung mehrerer Ortsteile in den 1990er Jahren sinkt die Einwohnerzahl kontinuierlich. Zudem ist Rochlitz mit einem Durchschnittsalter von 48,8 Jahren die Stadt mit den ältesten Einwohnern in Mittelsachsen. Politik Rochlitz war einige Jahrhunderte lang Sitz von Einrichtungen der Territorial- und Justizverwaltung. Durch die Generalinstruktion an die Kreis- und Amtshauptleute vom 22. Juni 1816 wurde die Stadt ab 1816 Sitz des Amtes Rochlitz der 2. Amtshauptmannschaft der Kreishauptmannschaft Leipzig. Im Zuge der Neugliederung des Königreiches Sachsen benannte man 1835 Dekasekundenamt Rochlitz in Amtshauptmannschaft Rochlitz um, welches nun Bestandteil der neu benannten Kreisdirektion Leipzig war. Mit dem Organisationsgesetz vom 21. April 1873 wurde 1874 allerdings wieder die Bezeichnung Kreisdirektion abgeschafft und Rochlitz war nun Sitz der Amtshauptmannschaft Rochlitz der Kreishauptmannschaft Leipzig. Im Dritten Reich veränderte man 1939 nochmals die Verwaltungsbezeichnungen. Rochlitz war nun Sitz des Landkreises Rochlitz im Regierungsbezirk Leipzig. Dieser Landkreis war allerdings sowohl von der Bezeichnung als auch der Größe her nur von kurzer Dauer. 1952 wurden in der DDR die Länder aufgelöst und als mittlere Verwaltungsebene die Bezirke eingeführt. Ebenso veränderte sich im Rahmen einer großen Kreisreform der Zuschnitt der ehemaligen Landkreise zum Teil sehr stark. Dabei wurde auch der Kreis Rochlitz mit der Kreisstadt Rochlitz im Bezirk Karlmark stattgeschaffen. Zuständige Verwaltungsbehörde war nun der Rat des Kreises Rochlitz. Mit dem Beitritt der DDR zur BRD und der Wiedereinrichtung von Ländern und Landkreisen gab es schließlich von 1990 bis 1994 noch ein Landratsamt, Rochlitz, welches den Landkreis Rochlitz verwaltete. Mit der Schaffung des Landkreises Mitweida in dem der Landkreis Rochlitz aufging, endete die jahrhundertealte Bedeutung und Funktion von Rochlitz als Verwaltungssitz. Die ältesten Aufzeichnungen zur Justizverwaltung existieren bisher aus dem Jahre 1436. Sie besagen, dass der Stadtratinhaber der höheren und niederen Gerichtsbarkeit sowie Inhaber der Erbgerichtsbarkeit in Köttern, Popitz und Spernsdorf den sogenannten Ratsdörfern war. Der nächste Nachweis lässt sich erst aus dem Jahr 1834 erbringen. In diesem Jahr wurde mit Einführung der Allgemeinen Städteordnung das Stadtgericht Rochlitz eine eigenständige Behörde neben dem Stadtrat. 1835 entstand zusätzlich ein Ratslandgericht für die gerichtlichen Angelegenheiten der Ratsdörfer. Um 1850 wurden im Schloss Rochlitz Räume für die Justiz eingerichtet, wo sie bis 1990 verblieben. Erweitert wurde der Komplex um ein Zellengebäude für die Untersuchungshaftanstalt. Welches 1852 auf dem Schloss errichtet wurde und bis 1961 in seiner Funktion genutzt wurde. Prominentester Gefangener war August Bebel. 1855 gingen das Ratslandgericht und 1856 Dekasekunden Stadtgericht in dem neu gegründeten Justizamt Rochlitz auf. Dieses hatte jedoch nicht lange Bestand. Schon 1856 wurde das Gerichtsamt Rochlitz als Nachfolger des örtlichen Justizamtes aufgrund des Gesetzes über die Einrichtung der Behörden erster Instanz für die Rechtspflege und Verwaltung vom 11. August 1855 eingerichtet. Im selben Jahr wurde ebenfalls das königliche Bezirksgericht Rochlitz mit der Zuständigkeit für die Gerichtsamtsbezirke Rochlitz-Kolditz-Geitein, Geringswalde, Hatha, Leisnig und Penich eingerichtet, welches aber nur bis zu seiner Auflösung im Jahre 1860 Bestand hatte. Ab Oktober 1879 wurde das Amtsgericht Rochlitz als Nachfolger für die juristischen Belange des Gerichtsamtes Rochlitz geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Amtsgericht am 6. Dezember 1945 wieder seine Tätigkeit auf. 1952 wurde im Rahmen einer Justizreform das Kreisgericht Rochlitz als Nachfolger des ansässigen Amtsgerichts geschaffen. Nach der politischen Wende in der DDR zog das Kreisgericht 1990 vom Schloss in das freigewordene Gebäude der ehemaligen SED-Kreisleitung Rochlitz ein. Mit der Auflösung des Landkreises Rochlitz wurde 1994 auch das Amtsgericht Rochlitz aufgelöst. Liste der Bürgermeister seit 183418341855 Gottfried Greichen 1855-1871 Ernst Kaspari 1871-1896 Adolf Ludwig Körner 1896-1919 Paul Gustav Schilling 1919-1924 Gottfried Richard Grieshammer 1924-1933 Rudolf Herrmann 1934-1942 Max Walter 1942-1945 Emil Starke 1945 Walter Trebs 1945-1947 Walter Schwarze 1947-1949 Albert Seidel 1949-1951 Walter Petzold 1951-1952 Herbert Hagemeister 1952-1953 Hans-Werner Schischer 1953-1958 Otto Mese 1958-1964 Karl Krause 1964-1974 Herbert Glassel 1974-1979 Martin Ficker 1979-2008 Joachim Knappe 2008-2015 Kerstin Andt Seit 1. August 2015 Frank Dene Bei der Bürgermeisterwahl 2015 konnte sich der parteilose Einzelbewerber Frank Dene im zweiten Wahlgang gegen die amtierende Bürgermeisterin durchsetzen und beendete damit die 68-jährige ihrer liberaler Bürgermeister in Rochlitz, Stadtrat bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014. 2015 wurde die FDP erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr stärkste Partei im Rochlitzer Stadtrat. Die Wahlbeteiligung sank leicht von 53,6 auf 50,8 Prozent. Wappenbeschreibung. Rochlitz unterhält eine Partnerschaft mit der Stadt Nettetal. Anlass für diese Partnerschaft war, dass Nettetal damals am Beginn und Rochlitz am Ende der Bundesstraße 7 lag. Eine weitere Partnerschaft besteht zwischen Rochlitz und der polnischen Stadt Mit seinen Patrizierhäusern bildet das klassizistische Rathaus von 1828. Zwei Straßen dahinter steht die Kunigunde Kirche, eine sehr bedeutende spätgotische Hallenkirche. Zum Schloss Rochlitz in liegt St. Petri eine spätgotische Hallenkirche. Das zweitürmige Schloss selbst mit seiner spätgotischen Kapelle ist äußerlich weitgehend im Bauzustand des 14. und 15. Jahrhunderts erhalten. Auf dem Rochlitzer Berg findet sich der Friedrich-August-Turm, ein Aussichtsturm mit weitem Panoramablick. Zu den neueren nennenswerten Bauwerken zählt ein sowjetisches Ehremahl von 1958 am ehemaligen Platz der deutsch-sowjetischen Freundschaft, auf dem ursprünglich sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter begraben waren, die später nach Chemnitz umgebettet wurden. Ferner finden sich zwei sächsische Postdistanzsäulen am ehemaligen Obertor und am ehemaligen Untertor, ein vermauerter kur-sächsischer Viertelmeilenstein und eine rekonstruierte kur-sächsische Ganzmeilensäule von 1722 im Grundstück Chemnitzer Straße 1, sowie ein teilrekonstruierter königlich-sächsischer Meilenstein unweit der Muldenbrücke. Zasnitzer Steg Die älteste Stadtansicht von 1628 zeigt einen Steg über die Mulde. Um auf ihre Felder auf der Zasnitzer Muldenseite zu gelangen, bauten Rochlitzer Bauern 1502 an der Furt einen Bocksteg. Gesichert und bewacht wurde er vom Hohen Haus. 1534, 1573, 1595, 1618, 1656 und 1661 wurde er von Hochwasser weggerissen. Über 200 Jahre ersetzte danach eine Fähre den Steg. Im August 1855 kenterte ein Kahn bei stürmischem Wetter, drei von elf Personen ertranken. 1889 ließ der Zasnitzer Bauer Julius Kötz einen Hängesteg am Seil bauen. Für die Benutzung wurde eine kleine Gebühr erhoben. Der Mühlenbesitzer Schlobach übernahm den Steg später und verpachtete ihn. Im 20. Jahrhundert waren Bertha Kötz und eine Frau Eichhorn aus Zasnitz die letzten Pächterinnen, bevor der Steg 1936 in städtische Verwaltung kam. Das Geldeinnehmerhäuschen stand noch lange, als ein Weihnachtsgeschenk empfanden die Stegbenutzer Ende 1940 die Senkung der Brückengebühr. Ostern 1942 wurde die Benutzung kostenfrei. Am 14. April 1945 wurde der Steg von der einmarschierten United States Army gesperrt und von Soldaten bewacht. Mit dem Einzug der Roten Armee am 2. Juli 1945 wurde der Steg wieder freigegeben. Nachdem er die Hochwasser von 1919, 1932 und 1947 überstanden hatte, wurde der Steg im Juli 1954 weggerissen. Über Monate stellte sich ein Herweis aus Zasnitz für den Fährbetrieb zur Verfügung. In Selbsthilfe bauten Rochlitzer und Zasnitzer einen Notsteg. Der Rat der Stadt half nicht, vielmehr behielt er den Bodenbelag des Steges ein und lagerte ihn im Bauhof. 30 Meter neben der alten Stelle wurde 1958 ein neuer wesentlich höherer Steg gebaut. Nach dem Hochwasser im August 2002 wurde die Brücke im Jahr 2006 umfangreich saniert. Nach dem Hochwasser im Juni 2013 war der Zasnitzer Steg vorübergehend gesperrt. Naturdenkmäler Rochlitzer Muldental, Rochlitzer Berg mit Porfeier Leerpfad, Sport BSC Motor Rochlitz, viertgrößter Sportverein in Mittelsachsen, VFA Rochlitzer Berg, Karate-Do Rochlitz, Angelsportverein Rochlitz E, V, Faustballverein 1906, Faustball BSC Motor Rochlitz, Vater Jahn Stadion, städtisches Freibad, Privilegierte Schützengesellschaft zu Rochlitz 1456 e.V., Freizeitoffenes Jugendhausszene Rochlitz, städtisches Freibad, Wirtschaft und Infrastruktur. In Rochlitz beginnt die Bundesstraße 7 nach Gera. Außerdem kreuzen sich in Rochlitz die Bundesstraßen 107 Chemnitz Grimmer und 175 CK Döbeln. Seit dem 22. Dezember 2011 ist Rochlitz über die gleichnamige Anschlussstelle an die A72 angebunden. Diese liegt etwa 9,5 km südwestlich des Stadtzentrums. Durch die Verlängerung der Autobahn in Richtung Leipzig bis nach Borna im August 2013 ist Rochlitz auch über die Anschlussstelle Gaitain zu erreichen. Die weitere Streckenführung bis zur Autobahn 38 befindet sich derzeit im Bau bzw. in Planung. Der städtische Busverkehr wird von der REGO BUS Mittelsachsen GmbH mit der Linie E durchgeführt. Der Bahnhof Rochlitz war ein Nebenbahnknoten mit Strecken nach Großboten im Norden und Glauchau im Südwesten, nach Waldheim im Osten, nach Chemnitz im Süden und nach Nasdorf im Westen. Doch mittlerweile wurde der Personenverkehr auf allen Strecken eingestellt. Die nächsten Bahnhöfe, die noch bedient werden, sind Gaitain und Nasdorf an der Hauptbahn Leipzig-Chemnitz. Öffentliche Einrichtungen Krankenhaus gemeinsam mit dem Mitweider Krankenhaus zur landkreiseigenen Gesellschaft gehörend, stellt zum Jahresende 2015 den stationären Betrieb ein. Arbeitsamt, Polizeirevier, Bildung Regenbogen Grundschule Rochlitz, Johann Matthesius Gymnasium Rochlitz, Oberschule an der Mulde Rochlitz, Berufsschulzentrum Rochlitz, Lernförderschule Johann Heinrich Pestalozzi, Tourismus Mulderradweg, Lutherweg. Untertitelung des ZDF, 2020